Also, vorab. Kaufen wollen und kaufen werden ist natürlich ein großer Unterschied. Das Ding kostet 500.000 Euro, aber ich finde es trotzdem interessant. Lass uns mal da kurz reinschauen. Wir müssen noch auf Tobi warten, Leute. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier rein, denn ihr werdet durchdrehen. Ihr werdet durchdrehen. Sau dumm, sau schwachsinnig. Keiner wird es fühlen. Ich sehe es trotzdem noch. Let's go. Findet ihr das übertrieben? Findet ihr das übertrieben? Seid mal ehrlich. Also, findet ihr das übertrieben? Oder? Nee, oder? Also, findet ihr dieses Fahrzeug... Findet ihr dieses Fahrzeug too much? Ich finde, ich finde, das ist angebracht. Also, ich glaube, es basiert auf einem Ford Raptor. Und, ähm, ja, damit... Also, ich sag mal so, wenn man davon zwei Stück hat, kann man damit allein den ES besiegen. LTS. So, we build this truck on a Ford F-550 chassis. And, coming in, you'll notice that we... F-550 ist das sogar. ...do a lot of different changes to the chassis here. So, it's sitting on a Kelderman Air Ride Suspension. That allows us... Keine Ahnung, was ein Kelderman Air Ride Suspension ist, aber... ...to give up to six inches of travel adjustment and also level the truck at camp. Das kostet 500.000 Euro. And we run a Hutchinson Beadlock Wheel. This is one of the very few DOT... Das ist wirklich, wenn du einen richtig kleinen Schwanz hast, fährst du so ein Auto. Ja, das ist auf jeden Fall... Seilwind und alles drum und dran, ne? And also, let's say... Damit sehe ich Fritz Meinecke durch Brandenburg fahren. You're coming into a campsite at night and you're trying to get your bearings. You're going to be able to see the landscape at night as well. Glaubt ihr, der ist in Deutschland nicht zugelassen? Oh. So, moving into the cab. You'll notice, as we open the door here, we have amp-research retractable steps. Since we do have a two-inch initial lift on this truck and six inches of adjustable height with the air ride. This allows for ease of access into the cab. So groß. Lariat-Package with the F550, we order that from Ford. Very nice interior. Heated and cooled seats up front. Heated seats in the rear. Aha. And one cool thing about the rear that we do is we actually do custom-made Captain's chairs in the back. Okay. Meine Frage ist, kriegt man dieses Auto als Viersitzer? Moving into the front of the cab. You'll notice, the center console is modified by... Ach, scheiß, man hat der Geist. Es geht mir ja um, was das drin ist. Es geht mir ja um, was das drin ist. Mann. Der Hand. Dieses Auto hat drei Tanks. Dieses Auto hat drei Tanks, damit man, damit man damit, ähm, damit man damit leben kann. Es hat drei Tanks. Und das ermöglicht uns eine Range, anywhere from, äh, 900 bis 1.000 Meilen, depending on driving. Also, 1.000 Meilen sind, glaube ich, 1.600 Kilometer kann man mit einer Tankladung machen. Einmal tanken, 300 Euro, ja gut. Für unser Toiletsystem, wir machen ein Toiletskassett, das ist dieses Auto hier. Was das uns ermöglicht, ist, dass es viel einfacher ist, dass es davon abhängig ist. Äh, 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 wir haben zwei Storage-Kompartner, eine Upper-Locker-Door. Eigentlich ist ganz wichtig, normalerweise müssten hier nur Waffen drin sein. Waffen mit Flammenwerfer aufsetzen. Das ist ein amerikanisches Auto. Einfach geisteskrank. Aber wir schauen mal ein bisschen weiter, wir gehen mal rein. Das ist ja auch ganz wild, ne? Draußen dieser Gasgrill, guck mal. So, moving inside our LTS-Unit, äh, we have all the home comforts inside. So, we just talked about the exterior of the vehicle and all the gear. Now we're moving inside. Äh, so we have an older distressed interior, again, all made in-house. Äh, custom leather cushion. Pass auf, ich zeige euch mal ganz kurz das Fahrzeug, das mich bis jetzt am meisten angesprochen hat, Leute. Mmh. Das ist nicht das, was ich eigentlich gesucht hatte, mal wieder. Seid mal vor, du fährst mit so einem Ding rum. Also wenn du mit, da brauchst du ja wirklich einen LKW-Führerschein, warte. Was sagen wir denn da? Moment, das ist das Falsche. Jetzt wird's, jetzt wird's geistig behindert, okay? Also, Kostenpunkt für dieses Fahrzeug. Pfff, ach, ich glaub 800.000? Seven inches high. Haben wir das schon geguckt? Haben wir das schon geschaut? Nee, ne? Das ist, also das ist, äh, Digger, das ist, ähm, ja, das ist. Ja, 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 das kaufe ich mir, das kaufe ich mir. Ja, ja, genau. Guck mal, da ist einfach eine Dusche drin, Digger. Ja, ja, das kaufe ich. Da oben jetzt noch ein, der Wagen ist nicht unglaublich groß. Der ist okay groß. Der ist noch so groß wie ein Van. Jetzt noch ein Dachzelt obendrauf für vier Sitzer. Perfekt. Dann hier die hier noch mit Anschnallgurten, ne? Dann kann man damit vier Leute fahren. Wäre doch geil. Wenn man den baut als Viersitzer und vier Betten, geil. Geisteskrank, oder? Geisteskrank, oder? Ja, scheiß mal auf diese ganzen Schränke, Alter. Juckt mich nicht. Hier ist noch so ein kleiner Table. Stell dir mal vor, du gehst auf dem Strich und willst die Nutte ficken. Und die hat so ein Auto. Da kannst du ja schon von ausgehen, dass die eine Nacht bei der Nutte fast so viel kostet wie das Auto. Das ist so geisteskrank. Absolut die beautiful. Streaming-Ecke habe ich mit eingeplant. Zeige ich euch gleich. Hier wäre dann das für Tobi, die Ecke. Oder einfach zwei Stück davon. Was sagt ihr dazu, Leute? Zwei Stück. Tobi und Leo eins. Ich eins. Perfekt. Also hier so Hydraulik-Dinger. Guck mal. Schaut mal bitte, wie krank das ist. Also davon zwei Stück, würde ich sagen. Und wir können unsere Venture eigentlich starten. Ja, würde ich sagen. Machen wir. Scheiß mal hier auf das Leder alles. in unsere Fuse-Boxes für die Motorhome. Und wir haben auch diese kleine Kontraption. Das ist ein zweites Slide-Out-Lock. Das kannst du in die Slide-Out-Lock, wenn du durch die Straße reist. Passt mal auf, wisst ihr, was richtig geisteskrank ist? Wartet. Jetzt wird es richtig behindert. Passt mal auf. Jetzt schaut mal hier. So, jetzt kann man hier natürlich essen. Diese Dinger so wie Rentnerstühle. Der Safe kriegt Monte den kaputt. So, und da sehe ich jetzt meine Streaming-Ecke. Klar. Das ist einfach nur dumm. 4K natürlich, ne? Sehr klar. Jetzt wird es noch verrückter. Passt mal auf. Der Klappt einfach ein ganzes Bett aus. Digga. Digga. Das ist einfach so krank. Das ist so wahnsinnig, Junge. Da kann man richtig geil drauf. Ich bin 6'1. 1'85, Digga. Okay. Natürlich, klar. Natürlich, Bro. Natürlich. Natürlich. Klar. Gibt es nicht eine deutsche Firma, die dir sowas einfach sponsern will? Come on, Digga. Wenn du so eine Beatmungsmaschine hast, hat der gerade gesagt. Dann kann man das da einstecken, Digga. Ja. Okay. Ist auch eigentlich gut, sowas selber mal zu haben. How versatile this bed area is. And I think I just love the fact that I can get out on this side, walk around, go to the bathroom at night, or I can get on the other side. Not going to disturb my partner. Got a step cover that goes down, so I've got lots room. I don't have to worry about stepping into the step well. Plus, if I want to watch TV and bed, I can still do that. If you want to be really stealth with a Unity MB, you can actually bring the bed in. So we always have the slide out out. Bring it out a little bit, open this door. And then you can bring the slide out in. So if you happen to stop at a rest stop, where you're not allowed to have the slide out out, or a Walmart, you're driving, you want to have a little nap. Look at this, I can bring the slide out in, leave the bed down, and I can have a little nap, a little siesta. Man fährt das einfach ein, Digga. Wie geisteskrank. Nice. I think I might have one right now. This is beautiful. So nice little siesta. Slide out in, nobody knows, I have my bed down. I just want to show you how simple the bed goes back up. Put your pillows up back against there. Make sure there's nobody else in the bed, or they're going to be very angry. Just lock everything in place, leave our blankets on there. Up the bed goes, look at that. So krank, ne? Super simple. Put your two locks in place, and put your cushions back on. And look at that, we're back to the leisure lounge plus chairs. Simple and fast. So we're now in the Galley area, look at the brand new stone color for 2020. We also have Antarctica white, so two choices of solid Korean countertops, the prestige collection. We got our beautiful picture window, awning style opening up, daytime privacy. Diese Küche sieht so geil aus, ne? Jades at night, done this all in Ultraleather now. Your valences looks fantastic. Up above here, of course, we have our European hidden hinges, the curved door. This is our optional Glamour package with the white. We also have a second optional Glamour package called Shadow Grey. Ah, okay. Absolutely fantastic. So. Kaufen wir uns. Kaufen wir uns. Ja, sehe ich mich. Sehe ich mich. Alles, was der Mann sagt, will ich haben. And look at this beautiful, deep stainless steel sink, chrome faucet over here. We've got a little garbage can area. A lot of people will use this, fill it full of ice, use it as an ice cooler. Inverted plug right there. Stainless steel backsplash. Lots of room, two burner, spark ignition stove. And our accessory channel built right in. You can see, you can put accessories on there. Counter extension, very smart for all the chefs out there. And look underneath here, lots of storage area here. We also have our subwoofer, which is brand new on the M. Subwoofer natürlich auch wichtig, klar. And there, full drawer extension glides, solid wood. And look how they come all the way out. Die sind immer ein bisschen billig gefährdigt aus, to be honest. Full water filtration on all Unity models. Klar, natürlich. Very nice. But I love, listen to the sound of that locking in place. So two new features over on the other side this year. So we have a convection microwave. So it's a microwave and an oven. Ah, okay, so ein Ofen ohne Mikrowelle gleichzeitig. Natürlich, klar. Ganz wichtig. Was kostet hier 140.000 nur? 140.000 nur? Zwei Stück. Ja. Klar. Natürlich. Natürlich. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist einfach ein voller Kühlschrank drin. Ich check's nicht. Das ist, dieses Auto von Yo-Oli ist nichts dagegen, Digga. Das ist, das ist. 110 Power and 12 Volt Power. So you never have to worry about only having one source of power. Plus it opens both ways. Look at this. Wow, das ist cool. Das ist wirklich cool. Hä? Das ist krass. Das ist krass, Digga. Das hab ich noch nie gesehen. Das ist krass. Hä? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das fickt mich, das fickt mich gerade am meisten, Digga. Digga. Hä? Das ist gerade für mich am, 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 cool wäre, wenn man nur noch so und so aufmachen könnte. Sowas hab ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich brauch das. Hä? Wie geht das? Klar, Gewürzregal, ne? Ja. Das ist, das ist so, das ist so krank. Das ist so, guckt mal bitte, Digga, diese Dusche. Guckt mal einfach diese Dusche. Ich hab Kollegen, die haben nicht mal so eine schöne Dusche zu Hause, Digga. Das sieht so schön aus. Da ist ein Licht nach oben. Man kann das, den Himmel sehen. Man kann zu zweit in der Dusche duschen. Richtiges Rentnermobil. Man sieht den Schwanz trotzdem. Ja, das ist einfach eine komplette Wohnung, ne? Ja, hier Oli guckt oben durch. Klar, ja. Ah, ja. Unterhosen, ne? Klar. Natürlich, natürlich, Digga, natürlich. Das ist halt ein Schrank, ne? Ach so. Wo kacken die? Wo ist die Toilette? Wo scheißt man? Scheißt man in die Dusche? Kann man einfach in die Dusche scheißen? Stone color, GFI plug, Accessory rail. Down below, more storage area, full water filtration, easy access, easy access to your water pump. Everything is very easy, accessible, solid maple doors. And look at this, beautiful medicine cabinet. Toll, toll. So full for two-thin safety features. Wo ist das Klo? Da. Ah, da ist die Toilette. Die sieht ein bisschen billig aus. Das ist so gestört, ne? Now my wind sensor awning is active. Touch the button at automatic safety feature we have on our champagne. Ah, guck mal, hier wären auch verschiedene Farben hier. Ja, würde ich ja den Glächer nehmen, ne? Dough, we have denim and sine wave inverter. So brand outside lit handle. We've talked about the frameless glass. LED light. We have our LED 1000 BTU furnace vent here. Over on this side, we have our optional generator. So we order the LP generator. We order the 3.6 kilowatt, you get autogen stock. Or you can order the 3.2 and more storage. So you can never have enough interior and or exterior storage. Great little option to have. Oh, jetzt ist interessant. Hier haben wir ein... ...interior and or exterior storage. Warte mal ganz kurz. And look at this. This is our main storage compartment. Look how beautiful that is. Da kann man ja Kinder reintun dann, ne? Ja. Crazy table here. Klar. Natürlich hier nochmal für Fahrräder. Irgendweltscher Elektro-Kram. So, die Felgen sind ja wirklich absolut hässlich, beide, ne? Die Felgen sind absolut hässlich. Guck mal, das finde ich halt so krank. Krass, Digga. Also das... ...sehe ich mich ja mit drin. Ja, Leute. Ja, natürlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich mal, werde ich mir dann jetzt demnächst zulegen. Sehe ich mich drin. Machen wir eine kleine Tour, fahre ich mit nach Berlin. Ganz cool, wirklich. Also tolles Auto. Wirklich da, muss ich ehrlich sagen, habe ich Bock drauf. Fühle ich ja schon sehr doch. Ja, ja. Wird dann einfach mal gekauft an der Stelle. Wird dann auch mal gekauft an der Stelle.